Überraschung! Hey! Das alles tut mir sehr leid. Ich hab Blumen geschickt. Angekommen. Echte Verkehrsgefährdung. Wir haben tolle Nachbarn, ha? Die verrückte Katzenlady auf der einen Seite und auf der anderen der Junge, der völlig in dich verknallt ist. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.